Hallo, herzlich willkommen! Ich bin Rudi. Hi, ich bin Frieda. Aber das weißt du ja schon von meinem Profil. Ja klar, komm rein, komm rein. Cool, danke. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Fluch. Ja, aber okay, dankeschön. Deinen Rucksack kannst du auch nicht hinstellen. Ah ja, super. Ah, gefällt dir meine Deko? Ja, richtig super. Wirklich? Ich häng die Schilder mal extra auf, damit sich meine Gäste besonders wohlfühlen. Ah, okay, ja. Ach komm, du bist bestimmt müde. Ich zeig dir schnell die Wohnung. Da findest du hier erstmal die Küche. Okay. Da hast du hier den Herd, den Ofen, Kaffeemaschine mit Kaffee findest du hier. Hier ist Besteck und Geschirr drin. Hier oben ist Tee, wenn du einen Tee machen möchtest. Ansonsten findest du hier die Wachmaschine. Hier ist der Geschirrspüler. Hier oben ist noch mehr Besteck und Geschirr und auch Tassen. Ansonsten findest du hier den Wasserkocher. Und im Kühlschrank habe ich ein kleines Gastgeschenk für dich. Oh, cool. Jetzt fühle ich mich besonders gut. Und hier ist das Badezimmer. Alles am höchsten Standard natürlich. Und kommen wir noch ins Schlafzimmer. Ah. Mit 180cm purem Luxus. Oh, okay. Oh ja, das nenne ich mal gemütlich. Das schreiben wir in der Gästin ohne Wertung auch immer. Ja, hattest du schon viele Gäste dieses Jahr? Ja, zum Glück dieses Jahr schon. Du bist in meinem Nebenjob. Trotz den ganzen Nachtschichten verdiene ich jetzt nicht so viel. Ah, okay. Tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Schau drüber. Fähle ich ganz viel zu Hause. Es gibt nur eine Ausnahme. Der Schrank, der ist tabu. Da bewahre ich alle meine Wertsachen drin auf. Deswegen habe ich ihn noch abgeschlossen. Ah, okay. Also ich würde dich bitten, versuch die doch nicht aufzubrechen. Kein Problem. Ich bin zwar eine professionelle Meisterdiebin, aber zum Glück für dich gerade im Urlaub. Okay, gut, dann zeige ich den Rest der Wohnung. Okay. Und zum Abschluss hier das Wohnzimmer. Wenn du ein bisschen abhängen und ein bisschen kanten möchtest. Ich bin ja das erste Mal in Berlin. Ich habe so viel vor. Ah, okay. Zum ersten Mal in Berlin. Brauchst du ein paar Tipps für cool Locations? Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe mir eine mega Liste runtergeladen. Das wird so Berlin. Na dann noch zwei Sachen. Wenn du die Wohnung verlässt, leg bitte den Schlüssel zurück in die Schale und mach die Tülle dazu. Kein Problem. Also zweitens. Bei einer Onlinebewertung mit 5 Sternen würde ich mich so dermaßen drüber freuen. Das wäre cool. Ja, 5 Sterne mindestens. Na dann hoffe ich, dass du einen schönen Aufenthalt hast. Genieß die Zeit in Berlin und hab viel Spaß. Danke. Und denk dran. Smile. Ja, okay. Ciao. Ciao. Das wär so. Ja, ja. Du Tristan. Musik 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 Danke, das war's für mich! Um, actually, I wanted to go back to a party right now, but you wanted to go back to meet. Ja, of course! You're absolutely welcome! Wow! Thank you, mate! Oh, my God! Oh, my God! Oh, you're welcome! Yeah! Wow, that was great! Bis zum nächsten Mal. 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 Hey. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.